guten morgen guten mittag und wunderschönen guten ab meine freunde ich bin jack von jack in the game und willkommen zurück zu unserem wunderschönen bald es geht 3 display wir haben jetzt ein paar hier ordentlich aufgeräumt und werden erstmal die ganzen goblins hier lupen was müssen wir gleich eine raste einlegen weil wir haben ordentlich an zauberstolz verspenden eigentlich verspendet aber verwendet und ja da ist eine leiche hier oben aber ja es war ein ordentlicher kampf auf jeden fall ziemlich ruhiger sogar wenn ich ganz ehrlich bin gegen das zum mensch andere camp die button so mal ganz kurz lange rast entlegen but no scale gott to have an ally bestes alles in Ordnung das nehmen wir euch nicht ganz ab, die Gestalt die ich gesehen habe, sie bedeutet euch etwas das ist sie macht es sie ist sie ist Mistra ich kann es nicht beschreiben die brauchen, die ich manchmal fühle, zu sehen sie die Filme der Fantasie in die Existenz keine Schleuchte oder Schleuchte kann sie auch nicht nur die Fabrik, die sie selbst ist ihr klingt wie ein begeisterter Schuljunge es ist ein Kind of Love after all at the very Least a Most Deep Seated Passion Magic is my life I've been in touch with the Weave for as long as I can remember there's nothing like it it's like music poetry physical beauty all rolled into one and given expression through the senses would you like to experience this ja das möchte ich ok komischer Tonfall komischer Blick ok now you fingerfertigkeit arcane kunst auftreten fingerfertigkeit nee arcane kunst arcane kunde so die geste langsam und so genau wie möglich nachrahmen armen Ich bin doch noch mal keine Kunde, ne? Du spürst Macht in diesen Worten. Sie wusste auszusprechen. Zudem, der Schmuck von Rosewater und ein Schmuck von Wellbeing. Ein Schmuck von Weave, das süß auf der tongue schmeckt. Sehr gut. Jetzt, ich möchte, dass ich in Ihrer Geist das Konzept der Harmonie in Ihrem Kopf schütteln kann. Wie wahr, wie möglich. Ja, Geschichte, Natur... Natur. Der ein Ort des absoluten Friedens vorstellt, fern von allem Leid und Chaos der Zivilisation. Erneut. Na, ist. Ich bin schade, dass ein eins ein kritischer Fehlschlag ist, dass wenn die Brustpunkte es hoch auf 5 tragen könnten. You see, or is it sense, the presence of a woman. Die Frau. Die Frau, die über Gail fliegt. Da ist etwas wie die Antizipation eines Kusses. Dann ist es das Gefühl, dass sie in Frieden gesammelt werden. Du bist sicher. Du bist in der Kuppe der Frau Hand. Du hast es geschafft. Du hast die Weave gehandelt. Wie fühlt es sich? Oh, ich weiß. Die Weave verbindet dich. Der Moment fühlt sich intim. Die Weave evaporiert. Und als es so macht, dann merktest du, dass die Nacht plötzlich kalt fühlt und schuldig. Da geht's. Wie schnell sind Dinge weg von uns. Keine Ahnung, wie schwer sie waren in der Obtenung. Gute Nacht. Ich liebte, einen Moment der Magie mit dir zu sharen. Ich auch. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass Gail versucht hat, mit mir eine Beziehung aufzubauen. Aber es ist nicht so meins. Es ist wirklich nicht meins. Ich habe kein Respekt vor der Sexualität. Ich unterstütze das auch. Aber ich spiele in Spielen hauptsächlich eine Hetero-Rolle. So. So. Genug gelabert, paar labert. Ähm. Wo ist denn Shuttle? Genau, ich wollte mit dem mal ein bisschen reden. Und mal mit der ein bisschen meine Beziehung aufbauen. Almost pleasant traveling with company. If you ignore all the less pleasant aspects. Ähm. Wir sollten uns ein wenig besser kennenlernen. Wir sollten uns ein wenig besser kennenlernen. Muss wir? Keine Ahnung in ein kleines Mysterium, nicht wahr? Ich würde mal ein Gespräch führen. Vielleicht würde ich euch ja besser kennenlernen. Vielleicht würde ich euch ja besser kennenlernen. Was ist das, was ihr wünscht? Welches respektieren? Danke. Ich bin sicher, dass wir perfekt zusammenkommen. Hm. Was ist denn ein komisches kleines Artefakt, das ihr da habt? Es ist keine Geschichte. Niemand, das ihr zuhört. Nur vergessen, dass ihr es nie gesehen habt. Hm. Was haltet ihr von allem, was uns bisher widerfahren ist? Wir haben ziemlich viel gemacht, mit wahrscheinlich mehr zu kommen. Willst du es ein wenig nachlesen? Hm. Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Ich glaube nicht, dass ich noch einen Konfidanten wie euch hatte. Und wenn ich es habe, dann kann ich sie nicht erinnern. Was habt ihr vor, wenn die Larven tatsächlich losgeworden sind? Ich glaube, wir gehen unsere separaten Wege. Nicht ein wenig an deiner Firma, natürlich. Wir sollten zusammenbleiben, wenn wir uns verstehen. Vielleicht. Vielleicht nicht. Wenn wir überleben, haben wir separate Leben zurück. Ich muss nach Balders Gate gehen. Es ist jemanden, der mich da erwartet. Jemanden, den ich mich erreichen muss. So schnell wie möglich. Scheint persönlich zu sein. Ich bohre nicht nach, wenn ihr nicht darüber reden wollt. Danke. Und du bist richtig. Es ist eine delikatere Sache. Nicht etwas für eine lichtige Gespräche. Durch andere Dinge zu wenden. Weg gehen. Ich möchte die zu hart nachbauen, sonst würde ich irgendwie dafür sorgen, dass sie mich weiter hasst. Ganz ehrlich, irgendwie läuft es noch nicht ganz so prickelnd mit ihr. Mit Gail irgendwie schon. Was irgendwie gerade ein bisschen heimlich ist. Gut. Und. Ähm. Ich würde sagen Abmarsch. So. Dann mal rein. Und. Stamm. Stamm. Okay. 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 Das ist gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich bin. So. Jetzt sind. Also haben wir gewonnen. Ascend. Ich bin. Ist gut. na also äh na kampf na also so man hat mich aber Schrotkolben, Schild na herrlich außer das Fass sehr schön und ja ich könnte eigentlich auch wirklich hier spielen aber ich möchte auch ein bisschen mal ein paar IP sammeln meine Charaktere aufleveln und auch mal ein bisschen Action erleben aber ich glaube ich werde bei meinem nächsten Let's Play also nicht aufgenommen sondern halt außerhalb der Aufnahme und mal mit meiner Frau spielen und dann mal als Paar mich mal ranwagen meine Frau hat auch gemeint das Spiel ist sehr interessant für sie geworden von daher ja In a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then, there are three figures before you. An armoured male elf exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon, and you will be worthy to stand beside them in my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artefact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. Mother, the reckoning draws near. That thing's shielding us. Incredible. No answer presents itself. The artefact is dormant. The voice and visions are gone. Hmm. Was geht auch noch mal? Ich nob Gebirgspass, ne? Das war der Wege zum Gebirgspass. Aber ich möchte ihn noch weiter umgucken hier. Der Teil. Und der Teil hier noch. Schrei nicht so. Schrei nicht so. Dummelo. Ah, der Händler. Zeig mal was du hast. Dror Raxland's best fakers and blagues in the quarry. Be you beheaded or be you beheaded. Goblin kind will tease you and fralk you and revit. His name is Dror Raxland. His voice absolute. But it's nothing. His troops will disarm you and draw you the truth. It's not a good one. The fire will you bust. Oh, shut it. A new age is dawning with calmness and trust. Keep playing, or what? Mountain's great mortals all Pindars too quick. The true souls are coming, their louders are fake. Here for love, I fall and fight for great glory. Draw Raxland's best. Make his at blade. Jetzt haben wir hier Sprungreichweite. Guck mal, neben. Äh, Fälleaufstung. Gleichgelegt, wie du hier hältst. Einen... Wo muss man eins? Um Geschickkeitsreitungswürfen, um Geschickkeitswürfen. Ja, nochmal. Das klingt gut. Ähm, Kampfstar. Das Geräuschwert brauche ich in den Langbogen. Habe ich schon selber? Machen wir mal für... Schattenherz. Oh. Willst du einen Umgang mit Langbogen und Kauspieler üben? Dann fangst du das Schatten. Nice. Das ist immer... Ähm... War auch. Kauspieler. Gut. Das ist Akrobatik, aber das ist eins auch noch, ey. So. Kann ich ihr geben? Ähm. Gebe ich ihr. Gebe ich ihr. Gebe ich ihr. Trage ich. Das andere kann ja erstmal ganz kurz rüber zu Schattenherz. Ähm. So. Keine Rüstung. Okay, bringt nichts. Ähm. Sind sich jetzt gar nichts so wirklich hier. Ja. So. 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 Okay, wir haben sehr viele Halt hier. Okay. 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 Now they're just having a bit of fun! So much fun, those thieves almost got past- We got them now, eh? Ay! Ain't no party in here! We're doing the Absolutes work! State your business! Now! Als das Symbol schlägt, wird die Macht durch dich durchsetzt. Autorität. Oh. Wir haben ein paar mehr hier. Ähm. Super. Lass es mal kurz sehen. Ah, so. Das mag darüber. Und der super Schuss. Der durch schief geht. Das war ein Treffer. Ich muss weitergehen. Das war's. Ähm. 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 Sehr schön. Der Schlag. I guess. Oh. Verdammt. Noch eins. So. Sehr schön. Sehr schön. A chill runs down your spine. Lady Sha's twin and nemesis, the moon goddess Seluna was once worshipped here, yet this place clearly fell to ruins long before goblins infested it. Vielleicht wegen der dunklen Justiz, wo du Signen gefunden hast. Kein Problem. Die Wahrheit wird in Zeit herausgefunden. Du schlussend ein Wunsch zu Shah und ihre Glück. No one like home will ever believe this. Das kann ich nicht durch. Ich hab keine Gasbombe mehr. Oh, da ist ein Dachleipilz. So. Das bitteschön. Das bitteschön. Das bitteschön. Das bitteschön. Zwei, vier, und schockieren. Eine Priester. Eine der Liedern, die es nicht wahrgenommen hat. Lass uns sie schreien. Was ist das? Sag deinem Freund, dich ruhig zu halten, oder er verliert sein gutes Gesicht. Du denkst, du kannst mich schocken? Das wird alles gut sein. Lass ihn weg! Alles klar. So, dann... Vielleicht noch ein bisschen wirken. So, und dann noch einen nekrotischen rauf. Perfekt. Okay, verwünscht. Ah, das ist nur kleine, Gott sei Dank. Au! Gut so. Ähm... Keiner von meinen ist jetzt irgendwie beschädigt, oder so. Oder darüber, die kann ich nicht. Ähm... ... 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 Irak. Okay. Beistand. Ausrüstung. Ähm. Wenn wir das mal, der absoluten Trick, erhält er ein... Ja, aber ich nicht. Holzrinde. Anzige Notiz. Warte mal, jetzt kurz. Neugieriger Droide, der, wo hier rumgeschnuffelt hat, ist nicht einfach nur irgendein Grabräum und Abenteurer. Halsen nennt er sich. Hässlicher Name für einen hässlichen Bastard. Hab ein paar Worte mit ihm gewechselt, bevor die Peitscher seinen haarigen Arsch in die Zwinger gesperrt haben. Er meinte, dass in uns drin irgendwas foult. Mir drin. Er meinte, er kann was gegen die Freundes tun. Ich hab ihm gesagt, wir brauchen keine Hilfe von niemandem. Wir haben, haben wir noch nie. Und sicher nicht jetzt, wo die absolute Gefallen an uns gefunden hat. Ich sag ja, dass bei dem Kerber es selber was foult. Unten in den Pens gibt es jede Menge fauliges Fleisch. Und wenn wir ihn aufschneiden, dann sorge ich dafür, dass er lang genug lebt, dass die Mann sich ein Nest in ihm bauen können. Unten in den Pens. Alles klar. Gut zu wissen. Oh, das ist ein Heiltank. Kultisten mal. Süß. Aber nicht grad so meins. Ähm... Noch so ein Gedankenschinder-Parasit, ne? Interessante Mundo. Silfenkriegerdruck. Kriegerin Bess. Bracal. Hier ist verdammt viel gerade. Okay, erstmal darüber. Wer ist hier? Das Volo. Alles klar. Komm, Volo hier erstmal raus holen. Nicht jeder schreibt, was meine ist, was yours, es scheint. Out of sight. Out of mind. These boots have seen everything. Don't go bother in my pigeon. He's mine. Äh, äh, verstehe. Was habt ihr mit dieser Zauber vor? Keep him safe. Listen to him cool. Till I get hungry or some such. What's it to you? Ähm... Euer Haustier ist in Wahrheit ein recht berühmter Schriftsteller. Him! Nah! Ich hab's bewundert. Ich hätte auch gerne eine. Dann catch one on your own! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Hm. Also mal getäuschen. Göttliche Führung. Ah, super. Ah, super. Göttliche Führung. Göttliche Führung. Ich bin ziemlich erlaubt. Ein Freude, ein familiärer Gesicht in so einem precarischen Umfeld zu sehen. Ich versuche, die Geschichte von deinem rettenen Rescuer von meiner Person wird für eeons leben. Bringt Sicherheit, und zwar schnell. Ich versuche, das nur so zu tun. Eine vertrautliche Invisibilität-Potion geht ein langer Weg in einem Ort, wie das. Wir müssen nicht trinken, aber ich liebe unsere Freundschaft hier enden. Bitte, möchtest du mich treffen, wenn wir beide den Goblin-Yolk Superanlage auf. Dort reden wir, wenn wir sicher sind. Schlafen! Soon, mein Freund. Soon wir können ein Flagon von etwas liquides mit einer Geschichte von Daring-Doo. Ich schlafe wenn die Flasche klar ist. See you soon, mein Freund. I simply can't wait to pick your brain! Okay. Er ist unsichtbar. Super. Super, super, super. Ah, verehrter Elminster. Ich muss kurz fassen, dass ich unter einigem Druck stehe. Ich bin noch seit kurzem Gast eine recht wilden Gruppe von Goblins. Äh, gibt es einen schnelleren Verstand und keine gewandte Zunge als die Eures beidescheidenden Freundes und Treibers, in dem ich meine ... ... ... ... ... bin ich zu einem unversichtbaren Mitglied ihres Stamms gebrochen. Deinen ... ... ... ... ... ... ... in ständig Sekunde zu verbreiten, auf das aller Abenteuer lustigen und neugierigen Seelen der ganzen Schwertküste und freudige Erwartung dieses bla bla bla... Okay, im Grunde genommen hat er sich einfach nur als Bade verkauft. Typisch Schubsteller. Wen habe ich denn hier? Blutiger Schrein. Ehrlichkeit, liebe Zorn, viele Eigenschaften sind göttlich, nur eine gibt es, welche mir besitzen, die Götter, jedoch nicht Schmerz. Unsere heiligste Herrin lädt uns ein, das zu genießen, was uns versterblich macht, den Schmerz zu empfangen. Gottes Leben. In Loviatas Namen bitte ich euch zu leben, aber in irgendeiner Haut zu graben. Frau... Okay. Hi! Du siehst aus wie ein BDSM Detlef. Geht's euch gut. Geht's euch gut. Geht's euch gut. Ich habe ein paar, außerhalb von Goplin, hier gesehen. Du redest dich, den Schmerz? Das ist ein BDSM-Gerz. Du siehst du, der Schmerz? Der Mann ist ein BDSM-Gerz, der Leviator. Die Gottes der Leviator. Die Götter des Schmerz. Du bist hier auch hier, um den BDSM-Gerz? Und du sagst dir? Was haben wir angefangen? Wouldn't you agree? Abstoßend Was passiert mit dir? Kluger Mann! Warum wüsste du das? Weil ich die gleiche Augen sehe, wenn ich in den Augen schaue, mein Lieber. Wir haben alle in diesen dunklen Zeiten Es ist kein Wunder, dass du Schmerzen und Angst Wieso lass mich diese Angst Und wie soll das gehen? Als die Frau der Angst die Gottesdusen Loviatar uns durch die Penance durch meine gewertene Hand Mein Arbeit kann Frieden und Serenheit die die wenige Erfahrungen wird es wert Ich versuche Na schön, warum nicht? Oh, ich habe etwas Schatten Exquizit in Wieso Loviatar und ich sind interessiert in wie du Schmerzen Schmerzen lieb Und wenn du sie leidest, wirst du sicherlich sie her liebliche Schmerzen schmerzen okay yes this will oh my god good good turn towards the wall the pain you suffer will cleanse you do not fight it oh god kommt schießt kann her dazu schlagen ich habe immer so ist schade albier komm kipps mir daddy komm kipps mir richtig hart ha 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 du willst mehr wie du möchtest dear one nicht entweder leid ich könnte für ihn ha 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 wunderbar einfach wunderbar sie geschafft soll ich übernehmen ha ha wunderbar you want more i'll give it to you not the worst technique priest good wrist movement lots of enthusiasm woher weißt du denn so was ha ha sweet child you bore the pain like a true believer i am proud to have served you this penance danke es war meine freude oh oh as did i dear one loviata herself found your performance inspiring she has deemed you worthy of her blessing and on a personal note thank you oh that was positively divine ah ah looks like that's going to be well whenever you're into that was not what i expected to see today i in starken heilkamm halt bank ja doch da gotcha nie wieder liam poor lad i could give you peace you know but no you gotta keep silent don't you where do they flee to you stubborn rat please stop oh here to see your friend have you come and join him if you like as the symbol glows power courses through you authority hehehe geht was trinken oder was schicken wir als Ablösung fuck fuck oh my god nah we don't know what what you i believe that when i see it oh come i'm glad this one what's next no time for daddy what am i needed oh i could go for a good meal over there um slick mick forever dawnless on the victor's path okay du kannst dich nirgends mehr bewegen super got to keep fighting never a dull moment on the victor's path down the blade will not bend making me move you really Sehr schön. Oder Schuss. Das ist ein Schlag. Ernsthaft? Ein kritischer Feerschlag. Sehr schön. Wie viel weiter kann ich gehen? Ah, super. Ähm, kurz mal die Sachen alle rüberschmeißen. Ich habe nicht genug Platz. Es ist ein guter Moment, um zu sprechen. Bitte, bitte. Lass mich raus. Es gibt keinen Grund dafür. Ich bin wegen des Nachtlides hier. Wo ist es? Ganz ruhig, ich lasse euch nicht hier. Danke. Danke. Danke sehr. Seine Fesseln mit dem Schlüssel aufschließen. Das lock klickt und öffnet. Dankeschön. Ich werde besser gehen. Bevor sie uns fassen. Ich sollte es zu der Gräufe auf meinem eigenen Weg bringen. Sie müssen wissen, dass sie in Gefahr sind. Sagt mir, habt ihr einen Ruinen namens Halsing gesehen? Halsing? Ich... Ich... Ich weiß nicht. Er hat ihn in ein Bär geändert. Aber... Ich habe ihn verloren. Ich weiß nicht, ob er noch alive ist. Na gut. Guck mal, sogar ein geheimer Ausgang hier. Guck mal, sogar ein geheimer Ausgang hier. Guck mal hier rüber. Ist das der Jingle von Koin, das ich höre? Du hast es gut, mein Freund. Ich habe heute schon ziemlich den Profit geändert. Also fühle ich mich sehr. Lass mich nach euch rein und leid es mal verleihen. Lass mich eure Waren sehen! Bin neugierig. Seh'n schon. Verdammt. Viele gute Sachen hier gerade. Oh. Sprechmädchen kann ich so, das ist auch schon. Ein bisschen der Chemiefeuer weg und die Kerzen gehen auch weg. Rinktes Schnapps, Federfall, Gloriensprungs, Vitalität, Diakon. Gut, dann 1.385. In allem, wenn er maximal 15% hat, wirkt er zu sich, MS4, Hebschaden ist gut. Stinkwolke des Schutzes, Kettenpanzer. Ich bin nicht geübt mit der Spänenrüstung, der Mittelnrüstung ist hier geübt. Kaufen wir mal. Irgendwas anderes. Durch, Langschwert. Ich muss ein Zweihand haben. Ich brauche irgendwas. Ein Flegel kann sie nicht nutzen. Sonst ist hier jetzt auch nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Nee. Nee. Nee, war das. Ich muss überzeigen, dass du hierher gehörst. Hm, überzeigen. Alter. Da muss ich jetzt 20 würfeln. Du hast ausgestattet, dass du hierher gehörst. Und jetzt, du wirst du weg. Okay. Oh. Sehr schön, Freunde. Jetzt all das mit, was in irgendeiner Art und Weise wertvoll ist hier. Ich bin ja, Spelverletz. Hier... Das könnte ich nicht sehen. Willst du tanzen? Der kann nicht so hoch springen. Könnte funktionieren. Ja! Das ist gut. Feldspalte. Es ist ancient. Keine kurze Rass. Schade. Na egal. Wir haben uns auch nicht verloren. Aber ich sehe unsere Zeit schon wieder um. Ich sage mal wieder, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part wieder von Baldes Gate 3. Dein Schülmer Müller. Bye-bye. Schade. Schade. Schade.